Heute bauen wir eine Scroll-Follow-Grafik. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute bauen wir mal ein bisschen was Cooleres und zwar bauen wir eine SVG-Follow-Grafik beziehungsweise Scroll-Follow-Grafik und das bedeutet, dass wenn wir mit dem Scrollrad uns auf der Seite nach unten bewegen, also wirklich der Viewport der Seite wird verändert, in dem Moment verändert sich auch die Grafik. Also beispielsweise irgendwas wird eingeblendet, irgendwas wird ausgeblendet, irgendwas animiert sich, das werden wir heute bauen. Ist ziemlich cool, leider nicht ganz so einfach, aber das heißt, man braucht natürlich schon ein Verständnis von SVG-Grafiken definitiv, man braucht ein Verständnis von JavaScript und natürlich von CSS-Animationen, weil diese Sachen werden wir heute benutzen und so ein Grundverständnis hierfür muss da sein. Ansonsten findet ihr auf meinem Video-Channel jede Menge Tutorials, die einem die Basics vermitteln, bevor wir mit diesem doch etwas weiter vorgeschrittenen Video weitermachen. Ansonsten, ja, legen wir direkt los, viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es, wie gesagt, darum, eine SVG-Grafik mithilfe des Scroll-Events zu animieren. Hier an der Seite habe ich einen Scroll-Balken, wenn ich den ein- und unter Maus anfasse und runterziehe, seht ihr, wie mein Logo sich hier animiert und wenn ich ganz unten bin, wird es mit Farbe noch ein bisschen so eingeblendet. Das Ganze ist ziemlich easy, kann man mit jeder SVG-Grafik machen, man kann natürlich auch verschiedene Paths miteinander kombinieren oder verschiedene andere Elemente damit kombinieren. Man hat da ziemlich unendlich viel Freiheit und das Ganze werden wir jetzt bauen. Grundsätzlich sieht unsere Version aktuell noch so aus. Das heißt, wir haben hier an der Seite wieder unseren ganz normalen Standard-Workflow, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die Live-Demo natürlich ist wie immer auch unten verlinkt zu CodePen. Wer nicht weiß, wie das hier funktioniert, der kann einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Dort habe ich das in einem sehr ausführlichen Video erklärt. Ansonsten machen wir das jetzt zu, weil das brauchen wir nicht mehr. Grundsätzlich besteht das einmal aus einer MainSaaS, einer Function.js und einer Index.html. In der Index.html ist nicht sonderlich viel drin. Hier ist oben natürlich unsere CSS-Datei drin, unsere kompilierte. Hier unten ist unsere kompilierte JavaScript-Datei. Und hier in der Mitte ist einfach ein SVG-Element. Und wer nicht weiß, wie das hier entsteht, das habe ich in einem Video schon mal ziemlich ausführlich erklärt. Das wird einfach mit Illustrator, habe ich mein Logo genommen, habe mir das abgespeichert in der SVG, habe dann aus der SVG-Datei mir einfach diesen Pass hier rausgezogen, beziehungsweise ich habe das komplette Ding gekopy-pastet. Und deswegen steht hier zum Beispiel auch sowas wie Viewbox drin, deswegen steht das hier unten drin, das kommt direkt aus Illustrator. Und deswegen steht hier auch sowas wie CLS-1 als Klasse. Wichtig für uns ist, wir haben hier zwei Klassen, also einmal eine ID und nochmal eine ID, nicht keine Klassen. Und zwar einmal hier unten Logo und hier Logo SVG. Das ist später wichtig, weil mit Logo SVG sprechen wir im Prinzip die Optik an und das brauchen wir später, um unseren Pass eindeutig zu identifizieren. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr mehrere Pass habt beispielsweise, auch die unterschiedlich schnell animieren oder unterschiedlich stark animieren und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr könnt auch ganz komplexe Sachen machen, das ist jetzt wirklich die leichteste Version, weil es so am leichtesten zu verstehen ist. Grundsätzlich müssen wir das ja erstmal schöner machen. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal unsere Main-Sats angucken. Hier habe ich natürlich wie immer meine beiden Farben. Natürlich dann hier so ein bisschen Standard-Geplänkel, was heißt, wir wollen später mit RAM arbeiten, deswegen 10 Pixel. Dann wollen wir irgendeine Hintergrundfarbe haben, damit das ein bisschen netter aussieht und so weiter. Das ist alles für das Tutorial theoretisch komplett irrelevant. Das Erste, was wir brauchen, ist, wir nehmen uns jetzt hier unsere ID und zwar Logo SVG. Das heißt, wir wollen die gesamte SVG-Grafik jetzt einfach erstmal zentrieren. Und jetzt kommt einfach Position Fixed, weil wir wollen, dass die ja auf einer Position bleibt und gleichzeitig sagen wir Top Left 50% zum zentrieren. Jetzt wird der ein oder andere von euch denken, hey, Moment mal, können wir das Ganze nicht einfach direkt mit zum Beispiel Flex oder Grid oder sowas machen? Mit Grid würde es theoretisch gehen, mit Flex theoretisch vielleicht. Zumindest auf der Horizontal kann man es damit wunderbar zentrieren. Auf der Vertikalen allerdings wird es problematisch, weil wir ja später eine viel höhere Größe bekommen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie scrollen können, deswegen geben wir jetzt erstmal unseren Body, das habe ich ganz vergessen, eine Mindesthöhe von 200%. Wenn ich das jetzt speichere, sehen wir hier, wir haben jetzt hier an der Seite schon mal einen Scrollbalken. Und unser Logo bleibt jetzt hier unten schön stehen. Wie gesagt, wir machen es nicht mit Flexbox, weil im Prinzip das Ganze kompliziert ist, wenn man das wirklich nur an die Mitte stellen möchte, was wir vorhaben. Natürlich würde der Effekt auch mit irgendwelchen Flex-Elementen funktionieren, ohne irgendwelche größeren Probleme. Wir sagen jetzt erstmal, okay, das ist ein bisschen groß, wir machen das ein bisschen kleiner, also 15 RAM, in dem Sinne halt, dadurch, dass wir oben 10 Pixel definiert haben, sind das 150 Pixel. Und wir sagen Transform minus auf der X- und Y-Achse minus 50%, damit das Ganze wirklich komplett zentriert ist. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, haben wir das hier exakt in der Mitte. Und wenn ich scrolle, passiert gar nichts. Was heißt, CSS ist soweit fast fertig. Allerdings habe ich ja vorhin gesagt, hier drin haben wir eine Klasse von CSS bekommen, äh, von Illustrator bekommen, nämlich CLS minus 1. Das wollen wir jetzt natürlich auch noch stylen. Und zwar sagen wir jetzt als erstes, okay, als erstes mal die Klasse. Dann sagen wir, okay, es hat auf jeden Fall eine Stroke, also eine Linieausnummer zu. Und das kriegt unsere Prime-Color, also meinen Orangeton. Dann sagen wir, okay, die ganze soll ein bisschen abgerundet sein. Was heißt, wenn die sich verbinden mit anderen, soll es abgerundet sein. Oder halt, wenn die Ecken sollen abgerundet sein. Und wir sagen die Weite der Stroke im Prinzip, sagen wir einfach nur, zack, 0,4 RAM, also 4 Pixel. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann haben wir hier schon mal so eine Form dazu. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen, wir wollen ein Fill. Und hier ist ganz wichtig, wir dürfen nicht sagen None, weil Illustrator würde euch beispielsweise sagen, das hat Fill None oder sowas. Das dürfen wir nicht machen, weil in dem Moment können wir das nicht mehr so animieren. Wenn ich jetzt runterscrolle, seht ihr, dass diese Hintergrundfarbe so einfadet. Und das funktioniert nur, wenn man das vorher auf Transparent setzt. Wenn ihr es auf None setzt, funktioniert es nicht. Was heißt, wir haben es jetzt hier drin, weil ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir es leer. Und wir haben jetzt einfach nur noch eine Kontur um unser Logo. Und das war es schon fast. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist, wir wollen das ja später, wollen wir das Fill animieren. Deswegen sagen wir Transition, Fill. Wir sagen nicht All, weil wir wollen nur diesen Fill-Effekt animieren mit 250 Millisekunden. Das kann man natürlich schneller, langsamer machen, wie es euch gefällt. Ich persönlich finde 250 Millisekunden für die meisten Animationen einen ziemlich guten Sweet Spot. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab und erst mal passiert jetzt nicht sonderlich viel. Jetzt kommt es nämlich zu unserem Hauptpart, nämlich zu JavaScript. Das Erste, was wir machen, ist, wir müssen unsere Elemente definieren. Und das Ganze geht ziemlich simpel. Wir sagen, okay, wir legen jetzt neue Variable an, svg-logo. Das ist document-get-element-yd-logo. Was heißt, wir ziehen uns jetzt hier einfach unseren Path. Dieses Objekt wollen wir jetzt hier definieren. Das haben wir jetzt getan. Der nächste Schritt ist ziemlich simpel. Und zwar sagen wir jetzt, zack, wir wollen uns eine Variable definieren. Und dazu nehmen wir uns eine Funktion, und zwar sagen wir LogoLength. Das wird unsere neue Variable. Was heißt, wir wollen die Länge des Gesamtfadens im Prinzip uns ziehen. Und das können wir sagen, einfach mit einer Funktion, nämlich getTotalLength. Das ist eine Standard-JavaScript-Funktion, könnt ihr so benutzen. Gibt euch im Prinzip jetzt eine Länge zurück. Also einfach nur einen Wert. Das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen, standardmäßig wollen wir jetzt hier unser Offset, also unseren Path-Offset, wollen wir auf 0 setzen, beziehungsweise auf die Länge, sodass das nicht zu sehen ist von Anfang an. Und das geht ziemlich easy. Das habe ich in einem Video schon mal ausführlich erklärt. Das ist im Prinzip nur, wir verschieben den sichtbaren Path auf einen nicht sichtbaren Bereich, mehr oder weniger. Das heißt, wir sagen dash Array LogoLength und dash Offset ebenfalls LogoLength. Wenn ich das jetzt speichere, dann verschwindet unser Path hier, wie ihr seht, ist weg. Zack. So, jetzt wird es interessant. Was heißt, das Erste, was wir jetzt brauchen, ist eine Funktion, die uns ausgibt, wenn wir scrollen. Das Ganze geht ziemlich simpel. Das haben wir auch in vielen Videos schon gemacht, in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Und zwar sagen wir jetzt, okay, zack, wir wollen, wenn window, addEventListener, bei scroll soll eine Funktion ausgeführt werden, nämlich drawWhenScroll. Und die Funktion drawWhenScroll machen wir uns jetzt. Was heißt, wir sagen, okay, wir wollen hier eine Funktion, die muss in JavaScript ES6 vor dem Aufruf stehen. Das heißt, wir sagen, okay, eine neue Variable, also eine neue Funktion, drawWhenScroll, die braucht keine Variablen, die wir hier übergeben. Und das Ganze müssen wir natürlich mit einer eckigen Klammer wieder schließen. Mit einer geschweiften Klammer. Und jetzt können wir im Prinzip schon anfangen. Aber was machen wir jetzt als erstes? Wir müssen jetzt als erstes mal berechnen, wie weit wir scrollen dürfen. Und das machen wir ziemlich einfach. Und zwar haben wir eine ganz simple Rechnung für. Und zwar sagen wir, okay, drawLogo. Wie weit soll es also gezeichnet werden? Dazu nehmen wir die LogoLengths, die wir uns hier oben gezogen haben. Was heißt, wir wissen, wie lang unser Pass ist. Und wir müssen jetzt gucken, okay, wie weit haben wir gescrollt? Wir wollen bei 100% gescrollt, weil wir 100% des Graphen haben. Das heißt, wir haben hier eine neue Funktion, nämlich calcScrollPercent. Und das ist im Prinzip einfach eine Funktion, die uns sagt, okay, wir wollen jetzt hier etwas berechnen. Und zwar wollen wir einen Prozentwert berechnen, wie weit wir gescrollt haben, damit wir das im Prinzip für unsere Funktion nutzen können. Und das ist eine sehr einfache Funktion. Das heißt, wir sagen einfach nur, okay, wie weit haben wir bisher gescrollt? In diesem Moment sagen wir die Höhe. Das ist unser DocumentElementScrollHeight. Was heißt, wie hoch ist unsere gesamte Seite? In diesem Fall müssten das irgendwas um die 2400 Pixel sein, weil ich habe hier 1000 in der Höhe. Und dann sagen wir hier unten im Prinzip, okay, wie weit ist unser Viewport gerade? Was heißt, wo liegt unsere obere linke Ecke hier? Auf diesen Punkten, das ziehen wir voneinander ab. Und so können wir uns direkt die Höhe, die aktuell sichtbare Höhe berechnen. Und mit Hilfe der sichtbaren Höhe, die sagen wir jetzt einfach, okay, wir nehmen die sichtbare Höhe und teilen damit im Prinzip die Scrollposition. Was heißt, hiermit mit Document, DocumentElementScrollTop ziehen wir uns die aktuelle Scrollposition, teilen die durch die Höhe, die wir soeben berechnet haben. Und damit kriegen wir im Prinzip einen Prozentwert, den wir uns jetzt einfach mal ausgeben lassen können theoretisch. Wenn wir das Ganze hier einfach mal nehmen und sagen Console.log, zack, machen hier mal noch Klammer rein, aber hier hinterher mal eine Klammer zu. Zack, geben wir uns das Ganze mal aus, sagen hier untersuchen, Konsole öffnen. Und wenn wir jetzt das Ganze haben, können wir jetzt hier einfach ein bisschen scrollen. Und ihr seht hier, man kriegt wunderbar Werte. Ich scrolle hier mal ein bisschen ran, dass man das sieht. Das heißt, man sieht hier, okay, 0,01, 0,02, 0,03. Und wenn ich ganz runter gescrollt habe, also ganz runter, dann seht ihr hier, es ist auf 1, weil ich ganz unten bin. Und wenn ich ganz hoch scrolle, es ist 0. Das heißt, das funktioniert wunderbar. Das machen wir jetzt wieder weg. Das ist sinnlos, wenn wir das da drin haben. Und damit haben wir jetzt im Prinzip berechnet, okay, wir wissen jetzt, wie weit wir das Ganze animieren. Jetzt müssen wir nur noch auf unsere Animation, also auf unsere Elemente hier oben, müssen wir jetzt irgendwie noch drauflegen, dass das wirklich animiert wird. Was heißt, wir sagen jetzt im Prinzip einfach nur das mit dem Offset, was wir hier schon bestimmt haben. Schreiben das hier rein und sagen hier, statt Logo Lengths, sagen wir einfach Draw Logo. Was heißt, den Prozentwert, den wir berechnet haben, mal die aktuelle Länge. Was heißt, wenn wir hier 0,5 haben, dann haben wir die Hälfte der aktuellen Länge und die soll er zeichnen. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, geht das Ganze ganz zügig und ihr seht schon, es funktioniert. Wir haben jetzt einen Scrollwert. Und jetzt hat man ja beispielsweise auch, jetzt mal nur als Beispiel, man kann hier noch andere Elemente drin haben. Wir könnten jetzt hier noch ein Rechteck drin haben, beispielsweise so ein kleines Viereck, was irgendwann einblenden soll bei einem gewissen Punkt. Oder solche Elemente, die einfach einblenden, ausblenden, reinfaden, rausfaden, die ganz verschiedene Sachen machen. Das könnt ihr alles animieren und das wird alles im Prinzip in dieser Draw When Scroll Funktion animiert. Als Beispiel machen wir das jetzt einfach mal, wenn er ganz unten ist, soll er das Logo, irgendwie habe ich es falsch rum, erstaunlich. Vielleicht sollten wir das mal kurz drehen. Und zwar sagen wir jetzt hier Logo Length minus Draw Logo. Jetzt haben wir es richtig rum. Jetzt bleibt es bestehen. Natürlich könnte man das jetzt auch absichtlich falsch rum machen. Wir wollen aber unten, wenn es ganz zu sehen ist, wollen wir das Ganze jetzt orange machen. Aber wie können wir das Ganze angehen? Wir sagen, okay, wenn das Ganze bei 1 ist, was heißt, wir nehmen uns wieder unsere Funktion, die unsere aktuelle Scrollhöhe hat, und sagen, wenn die 1 ist, dann soll er etwas machen. Und in diesem Fall soll er einfach uns was berechnen, oder berechnen nicht, sondern was ausgeben. Und zwar sagen wir, okay, nehme im Prinzip unseren Path mit, hier oben haben wir den ja definiert mit unserer Variable, Style, Fill und hier orange. Und wenn es nicht 1 ist, dann soll er sagen, soll es wieder transparent sein. Das können wir jetzt abspeichern. Und wenn ich runtergehe, verschwindet es, wird es wieder normal sichtbar. Wenn ich ganz auf dem Boden bin, leuchtet es orange ein. Denn gleichzeitig kann man natürlich auch so etwas machen, wie wir können das mal umdrehen und sagen, hier einfach mal, was passiert. Ich weiß gar nicht genau, was passiert. Wäre jetzt auch ein Rätsel für mich, wenn man sagt, bei 0 wäre es theoretisch komplett viel sichtbar. Wenn ich scrolle, verschwindet es auch ein witziger Effekt. Finde ich persönlich aber nicht so gut. Ich finde das mit 1 deutlich angenehmer, wenn man ganz unten ist, dass es dann sichtbar wird. Was heißt, es ist ein ganzes Objekt, was sichtbar geworden ist. Und wie ihr seht, war das ziemlich easy. Was heißt, dieser Effekt nachzubauen wird keine große Kunst. Allerdings bietet eine Menge Möglichkeiten für richtig, richtig aufwendige Sachen. Was heißt, wenn ihr da ein paar Dutzend Elemente habt, die sich animieren, reinfaden und sowas, dann wird das Ganze auch, was JavaScript angeht, ein deutlich längeres Projekt und kein kleines Tutorial mehr wie in diesem. Aber wie gesagt, das war es. Und ja. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt oder Ideen für neue Videos, dann schreibt doch einfach mir auf Twitter oder Instagram oder schaut auf den Community-Server vorbei. Dort bin ich eigentlich relativ viel online. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Weiterhin, viel Spaß. Ber platez. Bis dann, hilf. Vielen Dank.